Chancen und Risiken der Digitalisierung beschäftigen jedes Unternehmen. Innovationsabteilungen, Berater und Agenturen gestalten im Zuge dessen eine Vielzahl von Konzepten und Ideen. Geht es jedoch um die Umsetzung, ziehen sie sich meistens wieder zurück. Ideen generieren jedoch erst einen Wert, wenn sie umgesetzt werden. Das tun wir bei Mantro. Mit unseren Partnern gehen wir den ganzen Weg. Wir gründen gemeinsam neue Unternehmen, denn wir wissen, was Unternehmertum bedeutet. Unsere Philosophie beruht auf drei wichtigen Prinzipien. Kompetenz. Unser 50-köpfiges Team besteht aus erfahrenen Entwicklern, Designern und Strategen, die in der Lage sind, Geschäftsmodelle von der Idee bis zur Skalierung zu bringen. Risikominimierung. Wir gründen Unternehmen nicht aus purem Bauchgefühl, sondern validieren erst grundlegende Annahmen zu Markt-, Produkt- und Skalierungsmöglichkeiten. Außerdem hat unser Team schon viele Unternehmen gegründet, womit wir typische Fehler vermeiden können. Vertrauen. Vertrauen ist uns nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch in unseren Partnerschaften wichtig. Wir verhalten uns loyal und transparent und erwarten das auch vom Partner. Ziel unserer Partnerschaften ist es, gemeinsam Unternehmen aufzubauen. Kurzfristig gedachte Gewinnabsichten interessieren uns darum nicht, sondern der langfristige gemeinsame Erfolg. Wir teilen nicht nur die Gewinne, sondern auch die Verluste. Erweist sich ein Geschäftsmodell als unrentabel, schließen wir es aus, um uns auf die erfolgsversprechendsten konzentrieren zu können. Mantro steht für eine starke Partnerschaft und echtes Unternehmertum. Mantro bringt Substanz in den digitalen Wandel.